Herzlich Willkommen auf HelmeseAlpTV, das Baustellenmagazin. Ja, das ist der Blick auf R10. Da drüge ich mal rein. Also, wir können sehen, R10 ist komplett fertig. Und da möchte ich noch gleich mal was dazu sagen, weil ich ja geschrieben habe in einem Kommentar, dass es kein Video geben wird. Erstens, hier darf man so nicht filmen. Ja, also so. Das heißt, verboten. Aber jetzt über 3-4 Stunden die Kamera so zu halten, wie ich sie jetzt habe. Mein Handy ist definitiv nicht möglich ohne Radlauf. Ja, das war das Erste. Und das Zweite ist, der Hubert ist ja nebenher noch beruflich. Und er hat für einige Detonagen nicht gefilmt. Deshalb, der kam später. Deswegen wollen wir schauen, ob er überhaupt filmen kann. Wenn er Zeit dafür hat. Und aus diesem Grund habe ich geschrieben, es wird wahrscheinlich kein Video von der Betonage geben. Weil von da drüben aus zu filmen, wenn man hier noch die Schalung hat, da sieht man gar nichts. Aber das seht ihr gleich im großen Video. Und dann sage ich, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen da. Und ansonsten, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und wer K13 sehen will, muss das große Video anschauen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.